Dad, kannst du mir eine Gruselgeschichte erzählen? Es war einmal ein kleines Mädchen. Sie lebte in einem großen Haus draußen auf dem Lande. In einer sehr dunklen und sehr unheimlichen Nacht. Dad? Hörte sie ein Geräusch. Schreck, wieder zurück zu sein. In diesem Haus stecken so viele Erinnerungen. Hallo, wie geht's dir? Ich werde mich von nun an um dich kümmern. Sie erinnert sich nicht mal an mich. Irgendetwas passiert in diesem Haus und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Erklärung, aber Oma weiß bestimmt was darüber. Deine Oma geht jetzt auch ins Bett. Also keine herumgeistern, okay? Okay.